so leute da bin ich wieder endlich auf eine neue folge und ich habe es endlich geschafft hier wirklich aufzuräumen die letzte bombe wird platziert das wollte ich euch auf jeden fall noch zeigen nun geht's los hier wird es aber kritisch so zerstöre alle vier schlüsselbereiche erledigt perfekt damit haben wir das erledigt und dann jetzt geht's auf wieder zum returpunkt ja mal so okay ja mal Ich hab mir einfach mal richtig aufgeräumt. So, einfach mal richtig aufräumen hier, ist doch schön, wenn man mal mit so nem Maschinengewehr herumballern kann, ne, so, den nächsten, den hinterliegen, den, den hinterliegen, den zuerst. Oh ja, einfach böse. Juhuuu. Ja, herrum fährt, ey. Kann ich ja nichts treffen, mit dem Fast-Deafing, ey. Kann ich ja überhaupt nichts treffen, ey. Aber du, so ist es ihm wahrscheinlich genauso ergangen, haha. Und mein Fast-Deafing ist jetzt so gut für den Start-Deafing. Na, eh so was in den Luft geflogen. Juhuuu. Der Sieg ist unser. Geschafft. America fuck yeah. American fuck yeah. Und Holz beim Pokam alle machen. Lass mich nicht hängen. Ach. Triff mich an Holzstützpunkt. Okay. Holzstützpunkt müssen wir aufsuchen. Erfolgsschwarzes Gold. Sprich mit Hulk erledigt. Erreiche Holzstützpunkt. So. Jetzt guck ich mal, ob ich mittlerweile die Fähigkeit... Ah, scheiße. Drei fehlen noch. Verdammt. Okay. Na, immerhin. Immerhin. Ich habe ein paar Kills erledigt. So. Hier haben wir zwar ein Auto, aber das werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Sondern ich werde vermutlich... Ja, hier. Hier der Stützpunkt. Da geht es jetzt mal hin. Zu dem Unterschlupf. Dann passt es. So. Perfekt. Erstmal Munition auffüllen wieder. Perfekt. Gut. Da geht es raus. Vor muss ich noch einen Schluck. trinken. Moment. Ja. Wann wie vor bei McDonalds? Jawoll. Ich esse auch Fastfood, ja. Ach. Ich meine, wer tut denn sowas nicht? Ja, dass man hier Fastfood ist. Wer tut denn das nicht? So. Hallöchen, Bruder. Was geht ab? So. Wir blühen dort in der Kiste und er merkt es gar nicht mal. So. Gibt es da noch irgendwo? Ah, ja. Hier gibt es Geld. Aha. Da wird geschrien, was das Zeug hält. Uiuiui. Schade. Boah. Sieht aus wie ein richtiger Ding. Wie ein richtiger Militärstützpunkt. Ist es wahrscheinlich auch. Aber gut. Perfekt. Eieieiei. Was der da zusammenschreit, das ist ja nicht zum aushalten. Oder ist das unser Riley? Ich weiß es nicht. Na gut. Gehen wir da mal zum Schlitzpunkt rein. Gucken mal, was es da gibt. Hallo. Guter Mann. Sam. Okay, mein Freund. Bist du bereit dafür? Oder brauchst du mehr Zeit? Wenn wir das erstmal anfangen. Führt kein Weg zurück. Der Zugang zur Insel zu Aufgaben und Aktivitäten wird auf diesem Punkt eingeschränkt. Du kannst damit weitermachen, nachdem denn der Reise beendet ist. Fortfahren. Jawoll. Tun wir doch. Es geht wirklich jetzt dem Ende zu. Stiefel. Du musst ihn ablenken, wenn ich geben sage. Okay. Verstanden. Ja. Willkommen, Jungs. Kommt rein. Kommt rein. Setzt euch doch. Startcard Hold'em okay für euch? Ja? Kann ich euch was anbieten? Äh, etwas zu essen? Eine Nuss vielleicht? Nein. Ah, ja. Klassenspiel. Poker. Frag einen Penner auf der Straße und er sagt, es ist ein Glücksspiel. Oder? Frag Sammy und er sagt, es geht ums Bluffen. Stimmst, Sam? Ja. Ja. Aber stimmt doch. Oder? Es geht darum zu spielen. Bis die Bank gewinnt. Mit der Höhe. Kommt rein. Kommt rein. Kommt rein. Mein Buker. Bube und Zehner. Hm. Nicht gut. Naja, obwohl Bube ist nicht so schlecht und Zehner. Ja, könnte besser sein. Vielleicht ein bisschen weiß. Aber gut. Ich kollen wir mal. Kollen wir mal. Deck mal ein paar Karten auf, Junge. Uh, Zehner perfekt. Ich hab'n Pärchen. Ich hab'n Pärchen. Ich hab'n Pärchen. Ich hab'n Pärchen, Mensch. Ich hab'n Pärchen. Ich hab'n Pärchen. Ich call' gleich nochmal. mit hast du gehst mit und schon decken noch ein Buben auf und mit zwei Pärchen äh Straße geht sie auch nicht aus die Straße kommt und ich glaube ich muss die Farbe die gleiche sein hoi joi joi ich checke ich checke jawoll zwei Pärchen perfekt all in gehe mit der geht auch mit oh mein Gott oh mein Gott ausregeln na sieh dir das an wir haben dieselben Karten what soo erhöhen wir mal die Einsätze oder Roster Jason Brody wie auch immer du heißt ich hab's vergessen für wie dumm hältst du mich denn wieso zweifel hat er mich erkannt wir spielen weiter wir gehen das dann in mir äh dass dich ähm dass mich der erkannt hat hallo diese Runde setzt er aus Sam nein also ich beobachtete dein Treff mit Riley habe sogar ein bisschen geweint passiert mir nur selten ich gebe zu ich habe dich unterschätzt folterst den eigenen Bruder und zerstörst meine halbe Organisation Boah 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 Fünf und Acht Okay Oh fuck Vier Fünf Sechs Sieben Jawoll Vier Fünf Sechs Sieben Achtung Straße aber die Kugel fällt wohin sie will hm ich vergebe dir also nenn deinen Preis jeder hat einen hm ihr seid Marionetten und wir ziehen die Fäden das System ist gemacht um so zu funktionieren Scheiß auf System Scheiß auf System Fünf Bube Zehn Zwei Vierer Verdammt verdammt wird schwierig okay verdammt okay das ist gar nichts ich hab ein Pärchen weißt du was Jason? ich gehe es langsam mit dir an du bist ein Familienmensch einen Finger für jede Niederlage einen Finger für jede Niederlage oh Scheiße ich glaube ich beginne mit dem Ringfinger oh verdammte Scheiße muss das denn sein oh man oh 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 Jason nun werden wir nie heiraten wir hätten Partner sein können jeder Maut hätte dir viel Geld eingebracht fick dich Das macht mir keinen Spaß. Wirklich nicht. Ich brauche keine zehn Finger für ein Messer. Ich mache das schon seit vor deiner Geburt, Junge. Komm doch her, alter Sack. Okay. Scheiße. Okay, das ist aber wirklich fies jetzt. Das ist richtig fies hier. Puh, das ist richtig fies. Okay, da muss man echt ziemlich schnell sein anscheinend. Okay, Leertaste, linke Maustaste, rechte Maustaste war jetzt mal. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich hoffe, dass das wechselt nicht ständig. Alter, kann ich das nicht überspringen? Scheiße. Ich möchte das überspringen, wenn es geht. Man, wieso geht das nicht? Das macht mir keinen Spaß. Wirklich nicht. Ich brauche keine zehn Finger für ein Messer. Ich mache das schon seit vor deiner Geburt, Junge. Komm doch her, alter Sack. Ja. Okay. Ich bin wirklich schwer enttäuscht von dir, Jason. Du hast gar nicht nach deinem Bruder gefragt, Riley. Wo ist er? Keine Sorge. Ich habe ihn an jemand ganz Besonderen verkauft im Jemen. Er mag sie jung. Ich werde dich töten. Ich habe mächtige Freunde, die dich jagen werden. Sie werden von dir keine Spur mehr finden. Jawohl. Perfekt. Du gewinnst nicht. Ich halte alle Trümpfe. Warum hast du dann Angst? Dein Bruder ist auf dem Flugfeld. Den Flug wirst du nicht verpassen. Der wird Verspätung haben. Oh Mann. Verdammt. Jawohl. So. Jawohl. So. Kapiert, Junge. Puh. Checkpoint erreicht. Achievement unlocked. Poker night. Boah. Das. Ich muss zum Flug. Sofort. Übel. Okay. Ich muss zum Flugfeld. So. Wer hat dich vertanzt? Weiß nicht aus. So. 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 Scheiße. Okay Leute. Das wird glaube ich nichts mehr. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Break machen soll oder nicht. Ja. Ich versuche es einfach nochmal. Vielleicht funktioniert es jetzt irgendwie. Ich weiß es nicht. Ach Gott. Warum muss ich mir das immer wieder ansehen? Das ist doch scheißlich. Mann. Ich will das überspringen können. Scheiße hier. Ich muss das über. Was man das nicht überspringen kann, das ist ja scheiße. Ich muss zum Flugfeld. Sofort. So. Okay. 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 Perfekt. Perfekt. Okay. So, okay. Perfekt. So. Okay, los geht's. Auf die Flughafen. Oh nein. Komm schon. Oh nee, komm nicht. Mann, das ist scheiße. Mann, ich brauch ein Auto. Ich brauch ein scheiß Auto, Mensch. Scheiße, Mann. Okay, das ist wirklich blöd. Das, äh, ja, ich glaub das funktioniert nicht so, äh, so ganz wie ich's mir vorstelle. Ich werd hier, glaub ich, jetzt mal eine Pause machen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also dann, macht's gut, ciao, ciao. Hi專注 Hol.